perfekt also wie schön ich rüber geschlagen habe herzlich willkommen leute zur nächsten fortnite creative runde mit kundran guten tag heute gibt es mini golf requires golf remote 5 unique worlds with 10 coins so mini golf bin ich gespannt das mini golf remote haben ja glaube ich gar nicht alle ich weiß gar nicht wo das drinnen war so das ist ja wirklich das trifft ihr nicht auf alle leute zu die das machen können ich guck es mir mal an oder wir schauen es mal an nehmen wir mal in irgendein battle pass mal drin to play use the golf remote from season 5 battle pass explore 5 unique worlds with 10 coins okay wir spam ready erstmal ne ja wir hoffen dass das menü weg geht die münze sag ich auch noch ein ist auch noch eine warte die hatte ich eben schon okay jetzt noch eine dann habe ich die question fällig so bei mir ist das menü noch darauf verlinkt man kann auch diesen dass ihm und nicht benutzen in der zeit man kann zwar es auswählen aber ich habe bock das ist doof ist richtig bescheuert aber wer hat er die fahne bekommen gibt es die fahne im creative mittlerweile und anscheinend auch anscheinend auch ein 4g man müsste das ding weg das menü ich habe c gedrückt mach mal bau oder so ja jetzt ist auf jeden fall ich weiß nicht ob es mit dem ok ok ich fang an weil zeitgleich ist glaube ich schwierig ja jetzt pass mal auf ja ich bin ich kann das mach ich direkt den zweiten ja ich würde sagen schon oder ja da stand ja ok es geht nicht also aber er ist drin zwei können ja ich krieg ihn rein ich krieg ihn rein ich bin jetzt zu weit nein der geht nicht zu weit shit jetzt muss ich aber ganz weit nach oben gucken ja auch der war natürlich guter wir hätten schon zielen sollen ok 4 um Gottes Willen oh geil gemacht also ich finde das echt gut ist das eine bande da hinten ja ok 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 warte auf kann ich jetzt lernen was ich bin profi oh der war stark der war nicht der war nicht schlecht der war stark ja schon 4 insgesamt der liegt zu weit an der seite oh out of bounds out of bounds keine Schlafschläge der liegt zu weit an der seite ja der ist gut der liegt gut erstmal den Ball wegkriegen sehr schön trotzdem wieder 4 oh jetzt wird es tricky oh ist das schon mit einem Lupfer du musst da rein und dann ok ok wir müssen bereit gucken ran für einen für einen geilen Schlag alles klar hau rein ja ok ja oh das wird hart jetzt ok ok das wird echt nicht einfach wenn er nie die Schwede 3 ok ok ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's das ist er ja das war der vierte das war der vierte also ne einmal dahin zweimal raus einmal rein also vierte ja ich kann nur ab hier weil da komm ich nicht ja 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 ähm fünf hier hast du auf jeden Fall das Gefühl dafür machen wir einfach ähm wer die Bahnen gewinnt es steht 2 0 so dann musst du den ersten das habe ich auch gemacht ich wollte versuchen ob es vielleicht doch funktioniert irgendwie vielleicht geht es ja nein war der eng den selben schlag noch mal die geschwindigkeit ist gut im vierten rein deswegen wollte ich mich auch nicht groß bewegen hier sehe ich mich ja quasi nicht jetzt weiß ich nicht ja das hatte ich auch ist der an deinem golfball das ist jetzt ja das geht also mein golfball ist auf jeden Fall ein physisches objekt neues theme holy hell okay kann er machen wir ich habe das erste theme gewonnen okay dann ich darf mal gucken dass er nichts oh gott ist die bahn einfach größer du musst gleich golfen oh gott die finde ich bis dato finde ich die richtig gut immer hat mir richtig spaß der war richtig gut ach so warte liegt der drüben ach der lag hier okay dann darf man die aufmachen ich glaube musst du aber wahrscheinlich erst wenn du da bist ja okay das ist dein vierter ne ich dachte ja ich glaube das ist schlecht da muss ich glaube ich nochmal das ist nämlich der weg zur nächsten war ja ich muss die bande da treffen also ich war ja auf jeden fall hier ich habe nicht mitgezählt ich glaube das ist der siebte jetzt sieben voll schön ich dachte ich dachte man muss überall das geht da drüber schlagen hier deswegen ja weiß nicht ob das so gut ist hab halt jetzt ein schwieriger doch ich glaube schon der kommt zurück das ist der zweite und der dritte und der bleibt oben der dritte bleibt oben tue auf im vierten durch drei schläge oh die fahne getroffen ok das ist der sechste jetzt kommen locker flockig jawoll ok so wie siehts aus aha aha oh pff ich bleibe von dir weiter kein gefühl für jetzt kommt der vierte jetzt geht er hoffentlich durch weil ich hab der liegt sogar richtig gut aber der liegt richtig gut alter ja aber jetzt hier was zur hölle soll ich von unten schlagen ne 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 ist eigentlich egal macht ja nicht keine gravity nein ja ok der siebte schon der bleibt doch einfach da liegen ja er bleibt einfach liegen ja er bleibt einfach liegen 8 oder oder 9 ne ich glaube 9 müsste ja 9 gewesen sein ok wie konntest du ich bin mal gespannt ist das so schwer da durchzuspielen ne wenn man ja ich hab halt versucht ihn relativ zügig zu machen ja ok 1 ach noch ein stück das war der dritte das ist ja noch genug zeit fast perfekt hingelegt der fünfte an die fahne müssen es bei mir mehr gewesen sein als 8 ne ich glaube das war jetzt der sechste ne oder der siebte ja ne das war glaube ich der sechste ja ok komm hier darf ich nicht so abkacken die von der schräge aus ist super schwer oder ich gewinne ne den gewinnst du also die war den hast du oder oh ne aber ich versuch's doch weiter ja ja klar wieso komm ich da nicht gut wieso bin ich da zu schnell der ist ihm ja super schnell und wo hast du den denn reingemacht von unten also von äh ich hab ihn von der schräge ne von der also er lag so halb auf der schräge beziehungsweise ich hab ihn weil wenn du unten also wenn du gerade spielst kriegst du kaum speed auf den ball ja oh er bleibt ja jetzt rollt er über meinen ball und geht wieder raus da war mein ball nicht dran schuld man macht ja weniger speed indem man nach unten guckt genau so also der müsste jetzt ganz wenig nur rollen und jetzt muss ich ihn fast antippen also ich guck fast nach unten da ist nicht viel drin ja 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 nur trotzdem schwer 1-1 in dem kurs oh gott wobei ja man muss das ding ja nicht haben wir fünf welten geht danach echt noch weiter wahrscheinlich ja aber ja das haus steht genau dran ok das ist dafür da wir machen auch dass man die bahn spielen muss oder aber man könnte theoretisch du hast echt glück gehabt echt stimmt das haus steht nicht dran ja kommen wir nicht wieder raus doch geht warte schön schön mitnehmen wie dazu oder drüber schon spielen ja vierte ne kommt der fünfte kommt der fünfte ich glaube es ist der fünfte jetzt jetzt kommt der fünfte ich glaube was denn es gibt kein geheimnis ja hier ist ja so eine höhle ich dachte ja ich war auch schon reingegangen ok 5 800 bitte weg von der bahn ja 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 ich hatte hier echt glück ey welcher andere trick ja ich wollte ihn eigentlich auch direkt hoch spielen und so ich hatte dann ja durch unfähigkeit quasi das holz getroffen ich muss den jetzt direkt spielen anders ich habe keine andere wahl ich wollte einen stichen weg ach schade ach schade das was er sich rausdreht aus einem nicht runden loch ja genau so sah das aus ok 2-1 wir haben noch oder da kommt noch was oder das ende nein das team endet ja 1-1 oh alter stark oder die süßigkeiten richtig gut oh die hell hier wird ganz schön schwierig oh nein oh nein ich bin nicht mehr drin im flow jetzt habe ich auch immer Angst zu stark zu schlagen das mit den lichtern hier sieht voll cool aus oha ja ja nein oh fuck jetzt habe ich mich umgestellt komm schon ist das dann einfach da rein oder ist da irgendwas er ist drin das war der sechste glaube ich aber ich glaube er fällt nicht runter oder doch doch er ist hier im maul ok das ist gar nicht so einfach das ist wirklich nicht so einfach 8 glaube ich ja ich glaube auch kann auch 9 sein ja ich glaube 8 waren es oh das aber der hat die nachgebaut das ist nur eine Front oder hat die mit schwarzen Blöcken ausgehöhlt die Häuser so jetzt jetzt wird es hier spannend weißt du das gedrückt? hä? achso ok ja wo war denn? der ist nach links weg nein ja also man muss das maul spielen ja ja nein warum habe ich eigentlich weggeguckt? nein hallo golfball? nein ich habe nicht mitgezählt ich glaube jetzt kommt schon der siebte oder so jetzt kommt der siebte nein alter ja der war richtig gut ach so jetzt muss ich treffen weil du hast neun oder hattst du? ne wir hatten sieben oder acht also das war die aber trotzdem stark richtig geil tief also boah schöner Schlag schöner Schlag boah war nicht so weit hinten dran du warst Haus? aber man muss auf jeden Fall da rechts irgendwie lang ok erstmal liege ich jetzt gerade man muss ja mal gucken das bringt mir das ja nix ja ok also das ist ne Rampe und dann ist hier die Bahn ja das wars naja kam echt delayed ich weiß gar nicht ob der Speed schuld war genau so wollte ich den das reicht aber nicht ja weiß nicht ob es funktioniert ja vielleicht muss ich einfach drüber schlagen oder du musst noch näher dran du musst einfach vorlegen der ist oben ja das war der vierte da muss ich nochmal ok komm 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 nicht versaut ja sechs ach das mit der Rampe bei der eine Schlag war aber so wie ich ihn wollte eigentlich nur der ist nicht ja so soll man den ja quasi auch aber du musst einfach nur diesen diesen einen Winkel rausfinden wo du flach und ey warte das ist ok ne funktioniert mein Ball lag irgendwie also ich hab meinen Ball gar nicht gesehen stark hab ich ja die Mauer da oben gehört dazu ok war mir nicht ganz sicher der hat die Zuckerstangen aus Blöcken gebaut der hat die Zuckerstangen aus Blöcken gebaut aus roten und weißen ey der war nicht geschlagen in vier krass 1-1 ne in dem Zucker ja 1-1 letzter entscheidet dann wechseln wir schon mal die Ebene dann wechseln wir schon mal die Ebene jetzt entscheidet ok der sieht eher GTA mäßig aus muss ich sagen sag mal stopp stopp vergisst hier ist ja der Start das ist ja der Start oder betritt man hier einfach die Map ja wir haben jetzt immer aus diesem Block geschlagen selbst wenn wir halt einen mehr brauchen dann ist halt Pech ja wir fangen ja dann beide von der anderen an bin ich in der Bahn das war knapps nicht dahinter äh äh geh ein bisschen weiter nach vorne vielleicht liegt es an der Kante oder so ok jetzt kommt er ich seh ich mach den ja na ja der war richtig gut schön äh jetzt muss jetzt hab ich wieder keine Ahnung oh der war schön ach come on guck mal hinter dir ja oh der ist ja gar nicht drin ich hab gar nicht hingeguckt ich glaub es waren 6 oder 7 wenn wenn zweifel gibt es waren 7 ich glaub 6 wie fest hast du hier wohl geschlagen ja ja boah das funktioniert echt gut mit dem Looping hätt ich nicht gedacht oh ob der aus der Band raus kommt aber jetzt nicht verkacken okay jetzt war eins für dich oh es geht immer noch weiter ich hätte gedacht das waren 5 5 ja ich dachte das sind 5 wahne wir haben uns gegenseitig mit doch glaub ich warte ich muss nicht mehr entspringen oh jetzt hier wüste oh gott da muss man jetzt reinschlagen oh nein ach du heilige wie soll das denn funktionieren ja du musst einfach durch du kannst auch nicht rein also du musst in einem durch ne du kannst rein oh oh ups hä Schiri was ich warte mir entschuldige bin ich auch grad um die Ecke gekommen ich dreh mich zu dir und krieg den Ball ab ich hab auch ich hätte ja auch einfach nur wagen können war das der erste? ja das war echt der erste krass weil da ist wirklich nicht viel Platz ne ist es nicht oh ich guck durchs Fenster hin wie der jetzt gelupft wurde hab ich nicht verstanden nein da hab ich so schön am Anfang und jetzt 4 boah oh hier ist erstmal ne Coin hinten versteckt boah ja die bringt mir ja nix mehr also du müsstest auch alle haben ja ich hab auch alle wie hast du den da reingehauen ich hab keine ahne das war einfach so hat einfach funktioniert boah der war knapp bei mir kann der jetzt auf jeden Fall könnte sein komm gib mir den vielleicht geht der sogar rein ok wie weit ist er gerollt? gar nicht weit der liegt direkt am Eingang also ok der muss sitzen das ist ein langer Putz ja sehr schwer oh oh der war nicht schlecht der war nicht schlecht bringt mir leider nischt ja 5 uuuu jetzt ok da drüber oder? ich denke das ist die Rampe hier oder? weil das Ding kommt aus der Meinst du da oben liegen auf dem weißen? und darf man die weißen spielen? ich würde sagen ja klar ok aber die Rampe ist ja eindeutig so gebaut ist kein Block ok versuchen wir es mal ok dann versuch kannst du auch direkt durch rechts oder nicht? rechts? ok gut ok vierte der ist richtig gut um die Ecke geflogen der ist hinten richtig warte mal kommt man hier durch? wow der war richtig stark wer vierte war das? der vierte wo muss ich jetzt? hier runter er lag eigentlich hinter der Ecke das heißt ich spiele ihn auch von hier hinter der Ecke weil der war ja in sich schon einfach gut der vierte war ja in sich schon irgendwie ich spiele ihn vorbei das ist bitter er wollte er ihn rein lupfen Nee, eigentlich nicht bei dem Plan, aber... Der 8. Okay, okay. Hab's geil. Schietz. Ist der Schöne. Kommt der wieder zurück. Der liegt auch hinter der Ecke. Guck, wie du ihn hier rausspielst. Mann, das war echt bitter, ey. 5. Boah, der wär stark gewesen. Der wär echt stark gewesen. Komm schon, bitte. 7. Ja. Okay. Letzte Map und Teil wieder. Letzte Map und Teil wieder, ja. Und das wär schön, wenn ich die jetzt hier hole. Dann steht's 2-2, oder? Ja. Okay, hier geht's hoch. Du musst auch hoch spielen. Nicht runterfallen. Ja, ja, ja. Oh Gott. Alter, die ist schwer. Die Schlangendeko, die er gebaut hat, ist auch nice. An der Map-Wand. Ach da, ja. Ja, ja, ich seh's gerade. Die ist echt schwer, die Map. Ja, also du legst die Rampe hoch, dann fliegst du. Das dürfte diesmal von der Distanz her besser passen. Okay, versuchen wir's mal. Versuch die Rampe mitzunehmen. Ja. Der wird wahrscheinlich ins Loch fallen. Und ins Loch. Ja, der fällt ins Loch. Oh. Dann würd ich sagen, aber... Moment, schlag jetzt mal hoch. Da ist ein Block. Ich glaub, du fliegst rückwärts wieder hoch. Du meinst, ich soll gegen den Block schlagen? Ja, also die Rampe hoch. Ich denke, du fliegst. Aber dann halt ein bisschen nach links von dir aus, ne? Ja, ja. Ja, genau. Ja, du bist nur oben gegen den Pfeiler gestoßen. Also, es hätte geklappt. Du bist nur gegen das Holz. Ja... Nee, wieder. Du hast wieder den Holzpfeiler getroffen. Habe ich so den Winkel wieder eingestellt, dass... Jetzt war's ganz falsch. Weiter in die andere Richtung. Okay. Also, ein bisschen... Fuck, das könnte... Ja, das war zu weit. Nee, ist aber... Nein. Oh, schade. Der fünfte? Ja, das war fünf. Alter. Ja, ich hätte gesagt, das ist okay. Er liegt da oben. Das war der sechste. Ganz am Rand der Map. Okay. Hier, oder? Ja. Das war der sechste. Boah. Ich darf ja nicht ins Loch fallen. Na komm. Hallo? Golfball? Achso, noch nicht bereit. Ja. Ja. Nur lesen können. Habst du Angst? Ja. Riechen ins Loch. Pass auf. Ja, der war gut. Warst der achte? Ich glaub sogar schon der neunte. Der zwölfte. Der zwölfte. Okay, jetzt kommt der dreizehnte. Ich wollte die Münze vorher noch mitnehmen. Hä. Holy shit. Oh oh. Wie? War schwer. Bin ich in der Bahn? Im Loch. Ja. Im Loch. Ja. 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 Nein. Nein. War knapp. War knapp. Das hat nicht viel gefehlt. Ja. Ist oben. Auf dem. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Ah, Hunde gefallen. der schlag das geht ja der war gut gut dass das nicht der entscheidende schlag war das mehr bitter gewesen 22 letzte welt entscheidend was kommt jetzt wohl noch der wolkenstadt ne dies ja aber es ist ich glaube es ist so ein bisschen wollen kann man hier anschauen ich glaube das ist schwarzer boden schwarzer boden okay also lange bahn looping und dann ist das ganze ding das ist ein kleines loch da drin okay okay dann diesmal aber ein besserer looping der sieht besser aus aber der letzte hat ja wunderbar funktioniert muss man sagen kann ich die rampe überhaupt reicht das überhaupt vom winkel her ich hoffe die rampe sieht so schwach aus ist es perfekt also wie schön ich rübergeschlagen habe ich würde sagen dann ab hier oder dass du den looping halt richtig machen kannst der liegt beim ball liegt auf dem looping ja ja das wäre glaube ich würde glaube ich nicht so gut funktionieren fall runter ja und jetzt eine schöne distanz wenn du schräg auf das loch guckt siehst du ja nur die fahne oder die fahnenstange vier ganz schön klein oder ja ich glaube die ist es tiefer ich glaube es ist anders gebaut glaube es soll hier eine wolkenmap darstellen hast du von hier geschlagen oder schon auf der bahn drauf wir haben wahrscheinlich ein meter auf die bahn so so ja ja schön genau da lag meiner auch wir sagen mal er ist auf der bahn du bist durch die bahn der looping ist da nicht zu ja hier da anzwischen wenn du hier guck hier oben hier ach da ja okay hätte ich gesagt wenn er hier jetzt irgendwie runterhängt okay aber da ist es ja gebe ich dir was du warst nicht in der bahn nein nicht gespielt nein doch nicht geh rein Das ist die nächste. Das funktioniert? Okay, 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 okay. Relativ verständlich, also es ist ja nicht viel. Okay, wir legen uns den erstmal vor. Okay, geht von hier nicht, weil die Bande ist höher. Man muss von hier. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Ja, der war gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist, man muss ihn ja jetzt erstmal überhaupt härter schlagen können. Oh, ne! Der ist drauf. Der ist drauf. Im dritten schon da oben, ey. Weil ich Versuche nur gebraucht. Also, der war stark. Okay, da habe ich keine Chance. Leicht vorlegen. Ja, da lag ich auf. Ne, aber so lag ich auf, damit du halt die Rampe besser mitnehmen kannst, finde ich. Der Speed ist gut. Ja, der ist aber zu fest. Oh! Und ich habe natürlich dem Ball hinterher geguckt. Zu schwach? Ich habe dem Ball hinterher geguckt. Er ist im vierten oben. Ah! Aber doch dann möglicher, als man dachte. Ich dachte, das geht gar nicht. Also gut, der wird es getestet haben. Von daher muss das funktionieren. Gut. Ja. Soll. Eigentlich habe ich ja schon gewonnen. Alles oder nichts auf der letzten Bahn. Ja. Also, ich nehme an, man schlägt die Rampe hoch und muss oben liegen. Ah, scheiß Treppen. Hopp. Hopp. Okay, dann muss man... Wie in Minecraft hier. Hier liegen bleiben am besten. Ja. Dann musst du da... Oh, yeah. Alles supergut. Okay. Richtige Speed. Wollen wir mal dancen? Ja. Ah, ne. Kannst du gucken? Ich komme nicht mehr runter. Von daher muss er oben sein. Ja, ich habe ihn durch den Boden schon sehen. Ja. Perfekt. Okay. Jetzt rum, rum und fertig. Okay. Zack. Rum. Ah, nicht rum. Ah, knapp. Ja. Im vierten auf die Bahn. Der geht sogar Richtung Loch, ey. Oh, und der war mal schön. Der war ein schöner Punkt, ja. Einfach mal ein schöner Schlag, ja. Fünf. Warte, ich gehe schon mal hoch. Dann kann ich mir dann... Musst du dich nicht bewegen, da unten. Oh, oh Gott. Ja, bin schon aus der Bahn. Äh, ja, ist oben. Bleibt auch? Ja, ja. Man sieht, der bleibt ja relativ schnell liegen. Ja, stimmt. Der bleibt sehr schnell liegen. Oh, aber du lagst natürlich schöner. Egal. Egal, komm. Nee. Muss ich mir vorlegen? Nein. Nee. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich glaube. Glaube schon. Der verliert so schnell Speed an der Wand. Ja. Oh, der war auch schön. Der war auch schön. Nice. Boah, was eine gute Map. Also, schade, dass das halt auch so nicht alle machen können, weil du ja das Golf-Emote brauchst. Das gab's ja nie im Shop oder so. Ja, das war's. Eine... Nee, nee, ist das Ende. Eine richtig, richtig geile Map. Also, Stage 1 sah noch erst relativ billig aus, obwohl ich das hier mag, dieses Mario World 2D-mäßige, weil du halt alles an den Wänden hast und so. Das fand ich... Das sah aber trotzdem eher, oh, schon lustig, aber nichts Besonderes. Und die Maps wurden halt immer geiler. Also, wirklich super. Aber auch hier eigentlich schon mit dem Leuchtturm. Ja, okay. Schön, muss man schon sagen. Aber ja, es war noch einfacher als die davor. Sehr, sehr geil. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, Like lassen bei Kunan und vorbeischauen. Oben in der Mitte des Videos steht ja eh der Code. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.